So, meine lieben Freunde, neues Video und bevor es morgen wieder ums Sportliche geht, denn Donnerstag nach den Pressekonferenzen der beiden Mannschaften geht es natürlich morgen um das kommende Spiel Hertha gegen Leipzig, wo ich mich auch schon freue, vor Ort zu sein und endlich mal wieder ein Stadionvlog zu drehen und auch mit euch mein erstes Auswärtsspiel diese Saison zu bestreiten und auch einige von euch sicherlich dort treffen werde spontan. Ja, heute geht es nochmal um die ganze Investor- und Windhorst-Thematik, da hat die Sportbild, die Bild, Sport.de, die Box, alle möglichen jetzt von möglichen neuen Investoren beziehungsweise von Leuten und Unternehmen gesprochen, die die Anteile von Windhorst vielleicht abkaufen könnten, eventuell, weil da auch schon mal ein Kontakt mit Hertha bestand. Darüber wollen wir jetzt heute hier sprechen, ansonsten freue ich mich, wenn ihr ab 21 Uhr in unserem wöchentlichen Talk mit Nico dabei seid, auf meinem Twitch-Kanal mit meinem Bruder Nico geht es wieder um die gesamte Bundesliga, ums gesamte Fußballgeschehen, wird wieder ein sehr nicer Talk und danach machen wir noch interessante Reactions, also ich freue mich, wenn ihr dann dran bleibt auf verschiedenste Videos und es geht um meinen Drittkanal, was da jetzt so der Plan ist, wie ich mich da aufstellen will, was ich da jetzt in Zukunft noch alles plane. Es geht auch nochmal um die ganzen Edelmann-T-Shirts und Mützen, die ich machen möchte für Leute, die sowas halt cool finden und für mich selber, weil ich die auch selber tragen werde. Ja, diese ganzen Infos gibt es heute ab nach dem Talk dann halt so gegen 23 Uhr auf Twitch. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr am Start seid. So, dann lasst uns beginnen. Ja, Sportbild, Box, Bild, Sport.de, alle möglichen Schreiben darüber. Ich glaube, Ursprungsquelle war Sportbild, dass es wohl schon neue Investoren geben soll oder mögliche Investoren geben soll, mit denen Hertha teilweise in der Vergangenheit oder eben auch kurzfristig schon Gespräche geführt haben soll. Es ist ja nun so, es drängen ja immer mehr US-Investoren auf den europäischen Markt. Das ist ja ganz offensichtlich, das sieht man bei ganz, ganz vielen Vereinen in der Premier League. Die werden entweder eben von Milliardären oder eben von deren Gesellschaften und Gruppen gehalten, die auch schon andere Vereine in den USA halten, in anderen Sportarten. So wie zum Beispiel auch beim FC Liverpool. Da steht ja auch eine große Gesellschaft dahinter aus den USA. Der FC Chelsea wurde ja jetzt auch von mehreren sich zusammenschließenden Unternehmensgruppen quasi gekauft, nachdem Abramovic das dann da eben verkauft hat. Und da gibt es eben wohl auch Verbindungen zu Hertha und Interesse teilweise eben doch an diesen Lars-Winter-Anteilen, wo wir ja gesagt hatten, ja, Lars-Winter-Anteil hatte uns ja das Angebot gemacht, die zu kaufen. Hertha hatte ja dann ganz süffisant geantwortet, wir helfen ihm bei der Investorensuche. Wir werden es natürlich nicht abkaufen können, nicht abkaufen wollen, ist ja völlig klar. Und erst recht nicht zum alten Preis. Jetzt ist es aber laut Sportbild wirklich so, dass es wohl ein paar Interessenten gibt, auch wenn die Sportbild selber sagt, ja, die schätzen, dass Windhorst wahrscheinlich unter 200 Millionen für diese Anteile bekommt, also wahrscheinlich wirklich einen 50-prozentigen Verlust erleiden wird. Dies aber wirklich machen würde, alleine aus Imagegründen will er die Anteile von Hertha abgeben, weil es eben dem Image der Tenor Holding schadet. Wo ich mir auch so dachte, naja, also hat jetzt wirklich Hertha BSC den Image von Tenor geschadet oder hat Lars Windhorst sich selber geschadet durch sein Investment bei Hertha BSC? Weil das kann man jetzt wirklich an der Stelle mal sagen. Natürlich ist bei Hertha nicht alles glatt gelaufen und so weiter, aber diese ganzen Streitigkeiten, diese ganzen Problematiken sind ja auch durch ihn aufgetaucht. Ihr wisst, ich war nie einer, der jetzt immer gesagt hat, Windhorst ist der Teufel und den müssen wir auch verteufeln als Investor und der ist an einem schuld, das habe ich nie gesagt. Das waren schon die handelnden Personen, unter anderem eben Michi P. und Gegenbauer. Aber die ganzen Streitigkeiten sind ja auch durch ihn zustande gekommen. Die Leute, die er reingeholt hat, Klinsmann, dieser peinliche Auftritt, den hat er ja am Ende in den Aufsichtsrat reingeholt. Gut, Brez hat ihn dann unbedingt als Trainer haben wollen, aber auch Lehmann und so weiter, diese ganzen Debatten, die sind ja durch ihn entstanden. Also ich wüsste jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ohne jetzt immer nur Windhorst den schwarzen Peter zuschieben zu wollen, ich wüsste wirklich nicht wirklich, warum Hertha ihm so einen Imageschaden zugefügt hat, aus Hertha-Seite aus, weil wir jetzt nicht sportlich erfolgreich waren innerhalb von den ersten zwei Jahren, weil wir das Geld halt aus seiner Seite verbrannt haben. Nee, also das fand ich ein bisschen komisch als Begründung, dass Hertha das Image seiner Unternehmensgruppe verschlechtert, wenn dann doch eher, weil das Investment so schlecht war in Hertha, aber er hatte ja gesagt, es ist ein langfristiges Investment. Also das fand ich ein bisschen skurril. Auf jeden Fall haben wir ja gesagt, wer soll denn das kaufen mit so wenig Einfluss, 50 plus 1 Regel, Anteile, die völlig überteuert sind. Ja, Windhorst hat sein Investment quasi ja selber schon schlechter geredet als es ist, dadurch, dass er gesagt hat, hier, auch mit dem neuen Präsidenten kann man nicht zusammenarbeiten, da gibt es keine Kommunikation und so weiter. Wer soll denn da dran wirklich Interesse haben? Dann können die sich doch alle lieber einen Premier League Club kaufen, wo es gar kein Problem ist. Ja, jetzt gibt es aber wohl Interessenten, unter anderem eben auch aus den USA. Ich meine, wir haben Kontakte zu UNS-Investoren auch in der Vergangenheit schon gehabt, KKR zum Beispiel, die ja mittlerweile jetzt nicht mehr bei uns investiert sind, aber auch die sind ja eine US-amerikanische Gesellschaft gewesen oder eine Gruppe gewesen. Und jetzt gibt es wohl neue. Das Gute ist ja, wir haben weiterhin, wir wissen zwar nicht die Vertragsdetails genau, wir kennen nur die Satzung der ausgegliederten GmbH und Co. KGAA von Hertha, wo ja Windhorst die Mehrheitsanteile gekauft hat. Er hat, wie gesagt, nochmal, er hat nicht den Verein gekauft, sondern die ausgegliederte Profiabteilung. Das wäre ja gar nicht gegangen. Wir wissen die Details nicht. Es heißt aber nicht nur, wie es die Sportbitte heute geschrieben hat, es hat auch schon der Tagesspiegel und alle möglichen geschrieben. Es heißt, dass Hertha ein Vetorecht hat. Das muss gut begründet sein, aber wir können, wenn uns der Investor, es können ja verschiedenste Gründe sein, ich sage mal das Beispiel, das ist jetzt wieder dieser Saudi-Arabische Staatsfonds, der in Newcastle investiert hat. Da könnten wir natürlich dann sagen, nee, das können wir mit Menschenrechten nicht mit dem Verein vereinbaren oder was weiß ich, sowas könnte man begründen. Bei den US-Amerikanern würde es wahrscheinlich relativ wenig Gründe geben, wenn die das Investment einfach so übernehmen. Die Sportbitte sagt jetzt und auch Spox, dass es so ist, wenn eben ein neuer Investor kommt, dann könnten sogar neue Vertragsdetails ausgehandelt werden, also damit der vielleicht investiert. Ich meine, wir haben jetzt nicht groß Interesse, mehr Möglichkeiten für einen neuen Investor reinzuschreiben, weil wir könnten einfach sagen, nö, wir lassen alles so, wie es ist bei der Zusatzvereinbarung. Wir geben dem jetzt hier nicht irgendwie mehr Rechte. Das ist ja sowieso an die 50 plus 1 Regel gebunden. Also wir könnten rein theoretisch gar nicht sagen, ja, der neue Investor, der jetzt kommt, wenn er die Anteile kauft, dann machen wir es ihm so schön, der darf einen im Präsidium stellen oder so. Jetzt mal ganz abgespaced der Gedanke, das würde ja gar nicht gehen, rein rechtlich gesehen. Aber selbst wenn, warum sollten wir ihm jetzt mehr entgegenkommen mit neuen Vertragsinhalten? Das wäre wohl möglich, ja, laut Sportbitte. Aber wieso sollten wir das machen? Am Ende kann es uns ja egal sein, wenn Windhorst seine Anteile nicht los wird. Wir müssen eigentlich kein Stück von dieser Vereinbarung, die wir mit Windhorst hatten, die ja laut Gegenbauer absolut auf unserer Seite ist, für uns absolut wasserdicht ist und für uns absolut ohne Risiko. Warum sollten wir von dieser Vereinbarung jetzt bei einem neuen Investor abweichen? Wenn, dann hätte natürlich Lars Windhorst Interesse daran, dass wir davon abweichen, weil er dann einfacher einen Käufer finden würde. Trotzdem gibt es aber wohl US-Amerikaner, mit denen wir uns anscheinend in Gesprächen befinden. Einer davon ist nicht Thomas, sondern Milliardär Robert Kraft, der ist mittlerweile 81 und Besitzer der Kraft Group. Die Kraft Group ist auch schon im Sport investiert. Ihr gehört unter anderem das Gillette Stadium, da spielen die New England Patriots. Das ist ein NFL, also ein Football-Team, als auch ein MLS, also ein Fußball-Team, nämlich die New England Revolutions. Und da gibt es wohl die Verbindung, weil Fredi Bobic sich Ende September aufgrund dieser DFB-Fortbildungsreise, wo er jetzt mittlerweile auch im Vorsitz ist, ein Spiel der New England Patriots angeschaut hat und da wohl auch Gespräche geführt hat mit Vorgesetzten, ob das jetzt ausreichend ist, um da einen Zusammenhang zu finden. Aber wer weiß, so werden natürlich in der Geschäftswelt Kontakte gepflegt und so kommen auch Geschäfte zustande. Man ist eigentlich auf einer DFB-Reise, lernt dann Leute kennen von einer Investment Group vielleicht, die dort in Amerika schon investiert sind und die vielleicht auch Interesse haben könnten, dann in Deutschland sich Anteile zu erwerben, die eben auch gerade zum Verkauf stehen. Also so abwegig ist es nicht, auch wenn man jetzt nicht aus jedem Treffen immer direkt eine Verbindung ziehen muss, dass einer irgendwo investiert. Aber so entstehen ja nun mal die Kontakte. Ob Bobic jetzt genau der ist, der dann sowas aushandeln würde, das würde ich gar nicht mal sagen, weil im Endeffekt war es ja auch in der Vergangenheit so, dass die ganzen Investment-Sachen in den Verein Hertha oder eben in die ausgegliederte Profi-Abteilung dann doch eben eher vom Präsidenten abgewickelt wurden. Zumindest nach außen hin war so der Schein und nicht wirklich von Michael P. Punkt, auch wenn der natürlich immer mit dabei war von der sportlichen Seite, weil Gegenbauer eben auch nur eine limitierte Ahnung vom Profifußballgeschäft haben kann und haben wird. Heißt, denke ich auch weiterhin nicht, nur weil er jetzt Geschäftsführer von mehreren Abteilungen ist, dass Bobic so einen Deal abschließen würde, aber wenn Bobic eben diese Kontakte hat zu gewissen Leuten, die investitionsbereit sind, dann wird er den wahrscheinlich auch für Kai Bernstein herstellen. Also kann sein, dass es nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, kann aber auch einfach nur ein Treffen gewesen sein, wo die sich unterhalten haben und wo überhaupt nicht jemals im Raum stand, dass eben Kraft oder seine Gruppe da auch bei Hertha investieren will. Ein anderer Investmentzusammenschluss aus Unternehmen könnte tatsächlich laut Sportbild die Investmentunternehmen rund um Todd Bowley sein. Den Namen habt ihr wahrscheinlich in der Vergangenheit öfter gehört, das ist nämlich der neue Besitzer vom FC Chelsea, nicht er alleine, sondern eben dieser Zusammenschluss aus Investmentunternehmen, die den FC Chelsea gekauft haben. Nachdem erst die Premier League und später auch die Regierung zugestimmt hatte, durften sie das ja kaufen und die sind auch schon sehr, sehr viel im Sport investiert. Also die haben der Baseball-Liga-Anteile an den L.A. Dodgers, da besitzt Bowley persönlich 20 Prozent der L.A. Dodgers und sogar 27 Prozent des Basketball-Teams der L.A. Lakers, also die sind auch schon im Sport investiert. Jetzt haben sie eben auch noch den FC Chelsea. Da munkelt man ja aus verschiedenen Quellen, dass die Entlassung von Thomas Tuchel auch zustande kam, weil er sich wohl mit den neuen Investoren oder mit den neuen Besitzern da verstritten hat, auf gut Deutsch gesagt. Da gab es ja so Anekdoten, keine Ahnung, ob die jetzt wirklich stimmen, dass angeblich die neuen Investoren und Besitzer des FC Chelsea mit elf Feldspielern dementsprechend mit zwölf Spielern spielen wollten. Ein System mit zwölf Spielern auf dem Feld, naja, muss man auch erstmal drauf kommen. Und ja, das spricht eigentlich dafür, dass eben dieser Zusammenschluss aus Unternehmen, aus Investoren eher dafür bekannt ist, großen Einfluss haben zu wollen auf ihre Investments, auf ihre Investments im Sport, was natürlich eigentlich absolut gegen ein Investment in Deutschland sprechen würde, weil wir hier die 50 plus 1 Regel haben. Und der ist recht auch so, wie es bei Hertha ist, weil ja, wenn wir mit Lars Windhorst schon nicht zurechtkamen, warum sollten wir dann mit Investorengruppen zurechtkommen, wo man tausende Ansprechpartner dann eigentlich am Ende hat und nicht den einen, wie jetzt hier in dem Fall Lars Windhorst, die man vielleicht auch gar nicht kennt, die aus einem völlig anderen Land kommen. Andersrum, diese beiden genannten, ja, sowohl der Zusammenschluss, der den FC Chelsea gekauft hat, als eben auch Robert Kraft mit seiner Gruppe, die haben natürlich schon, Ahnung, explizit im Bereich Fußball, weil sie da schon investiert sind, aber auch nochmal grob umfassender im Bereich Sport, was ja nun Windhorst wirklich gar nicht hatte, weil er ja nirgendwo im Sport bisher investiert war und deswegen wahrscheinlich auch so blauäugig rangegangen ist und dachte, man kann das hier relativ leicht alles entweder übernehmen oder in einfache Bahnen lenken, was ja in Deutschland nun mal einfach nicht so der Fall war. Die BILD hatte ja auch berichtet, dass es auch bereits vor dem Investment von Lars Windhorst Austausche mit anderen Leuten gab, unter anderem mit einem Chinesen, mit dem wohl Michael Pehpunkt und auch Gegenbauer schon 2017 Mal verhandelt hatten, der sich dann aber gegen ein Investment in Deutschland entschieden hat, aufgrund eben der 50 plus 1 Regel und später dann den FC Wolverhampton gekauft hat, äh, nicht den FC, die Wolverhampton Wanderers in der Premier League gekauft hat. Der war ja wohl auch als Asiate damals im Gespräch mit dem HSV, Wolfsburg, Dortmund und so weiter. Ja, und ich denke, das wird auch ähnlich sein bei den genannten Namen eben gerade. Es gibt auch noch einen, den kennt man als Berliner vielleicht, wenn man sich ein bisschen mit Eishockey beschäftigt, und zwar Philipp Anschutz. Keine Ahnung, wie man den jetzt ausspricht, ist auch US-Amerikaner und Besitzer der Anschutz Entertainment Group. Und der Mann ist auch mittlerweile 82 Jahre alt, ist eben nicht nur Teilhaber der LA Kings in der NHL, also in der Eishockey-Liga, Teilhaber von LA Galaxy in der MLS, sondern er ist auch eben Club-Anteilseigner der ausgegliederten Profi-Abteilung bei Alba Berlin, also sowohl hier auch in Berlin vernetzt und hat auch wohl, ja, den Bau der Mercedes-Benz Arena mitgeleitet. Da soll es wohl auch schon mal Gespräche gegeben haben mit Hertha. Ist damals wohl nichts draus geworden, aber gerade der Zusammenhang, Berlin ist jetzt kein Eishockey-Club, aber ein Fußball-Club, eine ausgeliederte Profi-Abteilung, ein neues Stadion, da gibt es schon sehr, sehr viele Parallelen. Vielleicht wäre auch der ein möglicher Investor. Am Ende können wir es uns jetzt nicht aussuchen, wenn man nur diese ganzen Namen hört. Keine Ahnung, ob es am Ende so wird. Wahrscheinlich wird es jetzt genauso mit möglichen Investoren bei Hertha wie mit möglichen Transfers. Es fallen wahrscheinlich jetzt etliche Investoren, Gruppen, Zusammenschlüsse, Einzelpersonen, die alle angeblich neuer Hertha-Investor werden und am Ende wird es jemand ganz anderes, von dem noch nie einer gedacht hat oder es wird gar keiner und es bleibt erstmal Lars Windhorst. Aber so ist es nun mal und es ist ja auch interessant, darüber zu diskutieren. Wir müssen uns halt nur eins klar machen, dass, was Windhorst gesagt hat, stimmte natürlich Windhorst raus, so einfach geht das nicht. Natürlich wird er irgendwann raus sein, aber wir können halt nicht so einfach sagen, Investor generell raus bei Hertha. Die Tür haben wir irgendwann mal geöffnet, ist jetzt ganz schwer wieder rückwärts aus dieser Tür rauszugehen. Die einzige Möglichkeit wäre eben selber, die Anteile zurückzukaufen. Wir werden jetzt immer irgendeinen Investor an der Backe haben und das heißt auch nicht, nur weil Windhorst jetzt weg ist und weil er ja wirklich, wenn man in die Vergangenheit guckt, für unfassbar viel Unruhe gesorgt hat und auch uns einen Image-Schaden, also einen massiven, alleine durch diese Aussagen Big City Club und so weiter, geschafft hat und wir wollen so schnell wie möglich in die Champions League und ja, wenige Ahnung von Fußball hatte. Nur weil er jetzt weg ist, heißt es ja nicht, dass es mit dem nächsten Investor ruhiger wird. Gerade wenn ich mir hier sowas mit Ted, Todd Bowie oder wie heißt der Ted Bowie, ihr wisst schon, wenn ich meine den von Chelsea angucke, wie viel Eingriffsrecht die da haben werden. Das heißt ja nicht, dass die sich nie in der Öffentlichkeit äußern werden. Ich meine, wie gesagt, der Vorteil ist natürlich, wenn wir uns irgendwelche Investorengruppen ins Haus holen, für die das völlig normal ist, irgendwo investiert zu sein und einfach nur parallel davon zu profitieren durch Wertsteigerung und gar nicht groß eingreifen wollen, so wie es bei den anderen Vereinen auch ist, ja, dann wäre es natürlich für uns besser. Dann ist da irgendein Investor, man weiß es auch, der besitzt Anteile, kann am Ende aber auch nicht groß in den Verein eingreifen und ist wenigstens ruhig, gibt dann keine Bild-Interviews bei die Lage der Liga am Sonntag. Andersrum kann es auch noch schlimmer werden. Vielleicht kann man sich mit dem noch weniger verständigen oder es sind mehrere Leute, die investiert haben und es wird noch komplizierter. Stellt euch mal vor, wir haben jetzt drei, vier verschiedene Unternehmensgruppen, die dann im Zusammenschluss da investieren und dann gibt es da vier Ansprechpartner und jedes Mal, wenn sich einer in der Öffentlichkeit über Hertha äußert, werden wir halt damit in Verbindung gebracht, weil die nun mal bei uns investiert sind. Also, na klar, wäre es schön, irgendwann mal das Windhaus-Kapitel abzuschließen, aber jetzt einfach nur blind zu sagen, es ist alles gut jetzt für uns, das würde ich mal so dahingestellt lassen. Kann auch alles gut werden, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber für mich aus meiner Sicht ist es halt wirklich so, solange wir die Anteile nicht zurückkaufen, was ja nicht geht und was auch keinen Sinn machen würde, so viel Geld da jetzt reinzuschmeißen. Ja, wird es auf jeden Fall auch in Zukunft immer mal wieder Probleme einfach mit, egal wer dann am Ende da an der Seite steht, geben. Das müssen wir uns aus meiner Sicht einfach mal bewusst machen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr denkt, wird es einer von denen werden, wird es am Ende keiner von denen, wird es jetzt ewig dauern mit den Anteilen, vielleicht ist auch Windhaus noch, wirklich noch zehn Jahre da und kriegt die einfach nur nicht verkauft. Ich sehe wirklich jetzt mal gesagt, eigentlich aus Investorensicht, ich habe da nicht genug Fachwissen, aber keinen Grund, warum man als Investor in einen deutschen Fußballverein investieren sollte, wenn man so wenig Mitspracherecht hat, wenn ich eben gleichzeitig einfach woanders in ein anderes Land gehen kann und deutlich mehr Mitspracherecht bekommen kann. Ja, also wüsste ich nicht, warum ich das hier in Deutschland machen sollte und es gibt ja bis jetzt, Stand jetzt gibt es doch auch kein positives Beispiel, ob es jetzt Windhorst ist, Ismaik, ob es Kühne ist beim HSV. Gibt es denn positive Beispiele? Ich wüsste bisher nicht und ja, das Einzige, was vielleicht dafür sprechen würde, ist, dass es für so eine Investmentgruppen halt ein relativ kleiner Betrag ist. Wenn es jetzt wirklich unter denen von der Sportbilt kolportierten 200 Millionen sein sollte für die Anteile von Windhorst, dann ist das ja im Verhältnis zur Premier League eigentlich ein lächerlicher Preis, wenn man mal überlegt, was man da bezahlen muss, um eben einen Klub zu übernehmen. Aber die könnten ja auch einfach in die dritte englische Liga gehen und das dann Stück für Stück aufbauen. Also aus meiner Sicht wird das noch sehr, sehr lange dauern, bis wir da einen Investor haben und das klingt für mich auch logisch, so wie es der Tagesspiegel geschrieben hat, dass Windhorst angeblich schon seit einem halben Jahr sucht und wenn er schon nach einem halben Jahr sucht, dann wird er nicht jetzt auf gleich, nur weil er in der Öffentlichkeit gesagt hat, er will die verkaufen, die auf einmal loswerden. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Das ist meine ein bisschen abgewogene Meinung zu der Thematik und morgen geht es dann endlich wieder um Fußball. Aber das Thema ist nun mal auch interessant zu spekulieren und das wird uns auch noch einige, ich sage Monate, begleiten. Also macht es gut, ihr Edelmänner, bis gleich im Stream. Bis dann, hao he und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017